hallo meine lieben hallo du geile socke ich bin stein dgz aka durchgezockt und herzlich willkommen ja zu einem kurzen video ghost weekend white lands wir stellen uns mal einen charakter und da seht ihr schon mal das fertige resultat und dann gucken wir uns noch mal an wie hübsch wir dieses mittel hinkriegen oder auch nicht ich hoffe ihr habt spaß daran vergisst nicht das video zu lecken auf den leckmann ist es brennt meine lieben da draußen und dann starten wir doch jetzt hier direkt durch in diesem menü und so ich muss jetzt hier gleich weiter ziehen also schaltet bei mal irgendwann auch mal bei meinen let's plays rein oder bei einem live stream von mir danke dein dgz also starten wir jetzt hier erstmal die charakter herstellung so ja hier sind wir bei girls rücken und hier ein charakter auswählen wir machen einen weiblichen charakter so den kopf nein ich hatte da schon was ich hatte doch mal das was mir finde ich will ich hier jemand finde ich gut und etwas asiatisches oder die oder die guck mich mal an mädeln guck mich doch mal an so ist doch besser die gucken alle nicht mehr so die letzte mal freundlicher die Person ich hatte guck mich mal an oder Igel Walker so einmal zurück das Haar, wir haben ein Haar guck mich mal an und das sieht aber nicht aus, das sieht nicht gerade nicht aus kurz zu sagen für die Schwarz die Schwarzschule, die Schwarzschule, die Schwarzschule, die Schwarzschule aber, Haarfarbe Grau Blond Gesichtsdetails okay Rasiermesser und nee, Rasiermesser reicht gut Augenfarben am liebsten grün haben sie gemacht haben sie drin kann man ranzoomen? nein, schade, kann man nicht so wenn nicht weiblich Kopf aussehen Körperdetails Tattoos Bemalung Tattoos finde ich gut Tattoos was haben wir denn? Santa Maria die Ärmel sieht so nett aus, oder? was ist denn? ah, unten noch was, ok Flage und Adler Kantrin fib flage und adler flage und adl und das ist ja traditionell ich habe die familie geisterhafte wahrscheinlich kann man ihn ja nicht wirken waren aber gut was weiß ich will gar keins auf der seite es reicht mir und ich mache kampfadler ich mache kampfadler auf der seite und das andere weg keine so zurück bemalung aber nicht körperteil so kleidung oberteile ich will ein hemd etwas schönes wirklich hier santa blanca t-shirt und schwarz gibt es nicht frühe vögel kaffee im frühen vögel schwarz ist gut westen gibt es noch mehr geht noch mehr drauf ne da bin ich keine weste sie war ja das t-shirt nicht wozu habe ich denn das t-shirt so hose und gefällt mir sogar in weiß weiß ist geil okay uhr gefallen mir wunderstiefel zack tarnanzüge nö vielleicht nicht rück aber wo sind denn hier ich will den hut oberteile nein westen hose schuhe tarnanzüge da augen extra ok brille entweder die klappe oder was haben wir hier noch sonnenbrille ne ist ok so ne das ist witzig ich will die augenklappe kopfbedeckung erst mal einen hut ich will erst mal einen kaueri hut kopfbedeckung ja den kaueri hut nein nein den will ich dann so den haben wir kopfbedeckung headset bräunen headset nein hände handschuhe sind immer gut handschuhe sind immer gut natürlich die hier sind nice die nehmen wir rucksäcke will ich ein rucksack will ich ein rucksack ehrlich gesagt ich will eigentlich gar keinen rucksack aber gut wenn man keinen rucksack hat das objekt freizuschalten ok oder haben wir hier noch irgendwas der sieht geil aus der ist früge auf der us-hoff-club-zeitung um das objekt freizuschalten ja will ich den hätte ich gerne ich bin doch beim ghost reken network naja kriegt er wahrscheinlich wieder nicht hin gut ja passt schon immer den aufhänger das obwohl der ist auch geil wie ist wie ist es geil wie ist nämlich aber alles haben wir haben wir haben wir aussehen wir haben alles sauber würde ich sagen dann machen wir speichern und das geschlecht und körperliche züge können nach diesen schritten nicht mehr geändert werden und drücken jetzt auf ändern zack wunderbar also damit haben wir unseren ersten charakter in ghostland white lands schau mal vorbei vergisst nicht das video zu liken und und ich hoffe ihr schaut mal vorbei bei meinen videos lasst euren kommentar raus was findet ihr daran wen hättet ihr genommen hättet ihr Männlein oder Weiblein genommen etc pp und ich hoffe ihr schaut auch nochmal bei meinen next place vorbei oder wenn ich white lands live streame und ich bin dein dgz a.k.a. durchgezockt und schau mal wieder ein wenn es heißt durchgezockt so wo guckt ihr denn das waren ja zwei stücke einer war ein fußballspiel der guckt nicht hin nehm wir den doch zack scheiße Mist und zeig dich zeig dich zeig dich zeig dich scheiße ok so viel zu oh 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 hühner hühner ganz ganz gefährlich schweine sooo muss ja echt aufpassen hier muss ja echt aufpassen hier